Musik Musik Fumstummen Königssohn Ein Märchen von Emma Wutkebiller Gelesen von Jasmin Stab In einer längst vergangenen Zeit, als noch Feen unter den Menschen wohnten, lebte ein König, der das Böse so hasste, dass er sein Land von allen bösen Menschen reinigen wollte. Da er aber die Todesstrafe abgeschafft hatte und die Gefängnisse in Krankenhäuser umwandelte, ließ er jeden ertappten Übeltäter über die Grenze bringen, und wenn wieder einer fortgebracht war, rieb er sich vergnügt die Hände und sagte zu seiner Frau, »Gib Acht! Nun sind wir bald so weit, dass man das Böse nur noch vom Hörensagen kennen wird.« Doch seine kluge Frau schüttelte den Kopf. »Mit dem Bösen ist's wie in einem guten Haushalt mit dem Staub. Ganz los kann man ihn niemals werden. Man muss nur zusehen, dass er einem nicht über den Kopf wächst.« Bald zeigte sich's auch, dass wie früher immer noch betrogen und gestohlen wurde. Darüber verlor der König seine gute Laune und wurde verdrießlich, und die Königin riet ihm, die gute Fee wer da, sie um Rat zu fragen. »Vollkommen ist nichts auf Erden«, sprach die weise Frau. »Du magst Zweiglein, Blüten und junge Sprösslinge, die das Böse treibt, abschneiden. Die Wurzel des Bösen vermagst du nicht auszurotten. Also füge dich in das Unvermeidliche. Nenne mir die Wurzel des Übels, und du sollst sehen, dass ich sie vertilge.« »Dann würdest du sehr unklug handeln«, warnte die Fee. »Kennst du die mächtige Fee Furito? Sie weiß viele Geheimnisse der Natur. Doch wendet sie ihre Kenntnisse nur an, um Übles zu tun.« »Nicht einen Tag soll sie länger in meinem Reich bleiben«, rief der König eifrig. »Bis jetzt hat die böse Fee dir keinen Schaden zugefügt, König. Doch warne ich dich, ihren Zorn zu erregen. Denn wenn du sie verbannst, wird sie sich rächen.« Als die Fee Furito aber mit ihrem ganzen Hausrat über die Grenze gebracht war, fiel es dem König wie Zentnerlast vom Herzen. Und er schrieb sofort ein Buch über das Glück, nur mit guten Menschen zusammen zu wohnen. In einer stürmischen Winternacht saßen König und Königin am Kamin. Und er las ihr aus seinem Buch vor. Plötzlich sprang die Königin auf und rief erschreckt. Mir war's, als ob Fittiche an das Fenster schlögen. Und eine Stimme rief, »Törichter König! Das Böse hast du aus dem Land gejagt. Doch mit der Rache im Gefolge kehrt es wieder.« Einige Zeit darauf wurde dem König ein Sohn geboren. Wie nun das Kind gebadet und in feines Linnen gewickelt war, wurden die Türen geöffnet, damit Hofleute und Schlossgesinde eintreten konnten, das Prinzlein zu schauen und sich an ihm zu erfreuen. Mit ihnen trat auch die Fieber da sie herein, nahm das Kind in den Arm, küßte es und sprach, »Ich gebe dir eine gute Gabe für dein Leben. Du wirst immer die Wahrheit reden und darum wird man deinen Worten auch glauben.« Doch kaum hatte sie das Kind wieder in die Wiege gelegt, als die Fee vor Reto hereingeschritten kam. Das Kind ergriff, vor Schreck waren alle wie gelähmt und mit finsterer Miene redete, »Ich aber gebe dir eine schlimme Verheißung. Aus deinen Reden erwachse dir Unheil und wer sie vernimmt, werde dein Feind. Doch ich will, wenn ich gerufen werde, deinen Mund verschließen.« Und ehe die Umstehenden sich nur besannen, war die böse Fee verschwunden. Die gute Fee aber kniete neben der Wiege nieder und sprach mit Tränen in den Augen, »Ich habe nicht die Macht, den Fluch zu vernichten, aber ich will den Himmel anflehen, dass er dir einen Retter erwecken möge. Doch wenn deine Zunge wieder gelöst ist, soll kein Zauber Macht über dich haben und das ganze Volk wird dich um deiner Klugheit und Tugend willen hochehren.« Darauf legte sie das Kind der weinenden Mutter in den Arm und schritt ernst und still zur Tür hinaus. Nun erkannte der König, wie töricht er gehandelt hatte. Das Böse war mächtiger als er und die Rache der Fee Fureto hatte ihn schwer getroffen. Die arme Mutter aber vergoss viele Tränen und krämte sich Tag und Nacht über das Schicksal ihres Sohnes. Der Knabe wuchs fröhlich heran. Nun lernte er noch früher als andere Kinder Recht von Unrecht unterscheiden. Doch wie das bei einzigen Kindern vorkommt, war er auch ein bisschen altklug und wenn er sich über die Hofgesellschaft lustig machte, klang es ganz allerliebst. Der König hatte seinen Spaß daran und die Hofherren und Hofdamen sagten, »Nein, so ein gescheites Prinzel gibt es in der ganzen Welt nicht mehr.« Nur die Königin schüttelte besorgt den Kopf und lachte nicht. Und sie hatte Recht. Denn hinter dem Rücken des Königspaares sprachen sie, »Vor dem naseweisen Bengel muss man sich hüten. Der spürt all unsere Schwächen aus. Der will's noch einmal arg treiben.« Nun traf sich's, dass der König, um einem Bundesgenossen beizustehen, in den Krieg ziehen musste. Die zarte Königin aber machte die Sorge um ihren lieben Mann krank. Und sie war genötigt, das Zimmer zu hüten. Als endlich ein Bote eintraf, der seine Wiederkehr verkündete, war im ganzen Land große Freude. Nur die Höflingsschar erschrak. Denn es war mancherlei geschehen, das sie vor des Königs Augen zu verbergen wünschten. Auch fürchteten sie, der junge Prinz Erich möchte sie verraten. Er besaß einen scharfen Verstand und hielt mit seinem Urteil nicht zurück. Der ränkersüchtige Hofmarschall fürchtete sich am meisten und schickte heimlich einen Boten an die Vieh Fureto. Sie hatte den Ruf längst erwartet und fand sich schon in der folgenden Nacht ein. Ein treuloser Diener führte sie an das Bett des schlafenden Prinzen. Und sie berührte seine Lippen mit einem Zauberschlüssel. Der König konnte kaum erwarten, Frau und Sohn wiederzusehen. Doch die Königin fiel ihm schluchzend um den Hals und Prinz Erich blieb von Ferne stehen, während ihm Tränen über die bleichen Wangen liefen. Was ist mit meinem Sohn geschehen? fragte der König erschreckt. Da sprach heuchlerisch der Hofmarschall, Ein großes Unglück ist Prinz Erich widerfahren. Er hat die Sprache verloren. Der König gedachte des Fluches der bösen Fee und erkannte, dass es ihm nicht einmal gelungen war, das Böse aus seinem Hofhalt zu verbannen. In dieser Zeit brachte ein kleines Waisenmädchen täglich Walderdbeeren in des Königs Küche. Es suchte nur die reifsten und größten Beeren in seinen Topf und deckte sie mit grünen Blättern zu. Obwohl es nur ein grobes Kittelchen trug, sah es doch sauber aus. Es war überhaupt ein frisches, hübsches Kind, das alle Leute gern hatten. Der Koch mochte auch von niemand sonst Beeren für des Königs Tisch kaufen und ließ ihm täglich ein Schüsselchen mit Suppe reichen. Während die kleine Katrin in einem Winkel saß und ihre Suppe löffelte, gab sie auf alles Acht, was in der Küche geredet wurde. Nun war aber von nichts anderem die Rede, als von dem Unglück, von dem der arme Prinz Erich betroffen worden war. In der Küche wussten sie ebenso gut wie anderwärts, dass die bösen Hofherren die Fee Furetu herbeigerufen hatten. Katrin aber vergaß über dem Horchen oft selbst das Essen und sie war beim Bären suchen doch immer sehr hungrig geworden. Eines Tages, wie sie durch den Schlosshof ging, begegnete ihr der Prinz und sah so traurig aus, dass sie auch ganz traurig wurde. Ach, wenn ich ihm doch helfen könnte, dachte sie. Als sie in die Küche kam, sah sie die alte Kammerfrau der Königin neben dem Koch stehen und hörte, wie sie sagte, Uns bleibt noch immer ein Trost. Warum sollte der Himmel die Bitte der guten Fee Verdaseh nicht erhören und dem Prinzen einen Retter erwecken? In alten Zeiten möchte sich wohl so ein Retter gefunden haben, meinte der Koch. Aber heutzutage denkt doch jeder nur an sich und hat sein Leben viel zu lieb, um es für einen anderen hinzugeben. Wäre ich jung genug, ich würde mein Leben für seine Rettung wagen, sagte die Kammerfrau. Am nächsten Tag begegnete Katrin abermals Prinz Erich und wie er sie mit seinem ernsten Gesicht anschaute, kamen ihr die Tränen in die Augen. Ach, wenn ich ihn doch retten könnte, dachte sie und faltete andächtig die Hände. Und die ganze Zeit, während sie Beeren suchte, musste sie an ihn denken und die Worte, die die Kammerfrau geredet, gingen neben ihr her. Aber weil sie nicht so aufmerksam wie andere Tage suchte, fanden sich auch kleine und unreife Beeren im Topf und der Koch schalt, als er ihn ausschüttete. Doch ein Schüsselchen mit Suppe bekam sie trotzdem. Wie sie wieder aus dem Schloss trat, begegnete ihr zum dritten Mal der Königssohn und schaute so betrübt aus, dass sie sich nicht helfen konnte. Sie musste laut weinen. Da fasste Prinz Erich ihre Hand und auch ihm liefen Tränen über die Backen. Das kleine Erdbeermädchen aber trocknete sich mit dem Schürzenzipfel die Augen. Dann schaute es ihn so recht hell an und sagte, Seid nur nicht gar so betrübt, Herr Prinz. Der liebe Gott wird mir schon helfen, dass ich euch erlöse. Da musste Prinz Erich noch mit feuchten Augen lachen. Es kam ihm vor, als ob ein Zwerg sich vermesse, einen Riesen zu töten. Dann aber schüttelte er traurig den Kopf und trat ins Schloss. Am anderen Tag, wo der Koch einen Erdbeerkuchen backen wollte, blieb das Erdbeermädchen aus. Nun hört's aber auf, rief der geärgerte Koch. Das dumme Ding hat mir's wohl gar übel genommen, dass ich gestern mit ihm gescholten habe. Das Mädchen aber saß im Walde und der leere Topf stand neben ihm. Es hatte alle Lust am Bären suchen verloren. Es musste nur immer an den armen Königssohn denken und wie ihm zu helfen sei. Aber es wollte ihm nichts einfallen. Da auf einmal erinnerte es sich an seine Großmutter, die schon lange gestorben war. Die Großmutter hatte einmal gesagt, wenn man von Zauberwerk und Hexenspuk etwas erfahren wolle, müsse man die Elfen belauschen. Doch solle man sich hüten, dass sie was merkten, sonst würde man von ihnen verwünscht. Katrin kannte im Wald den Elfenhögel, wo bei Mondschein die Elfen tanzten. Dorthin ging sie noch vor Aufgang des Mondes und suchte sich ein Plätzchen, von dem aus sie die Elfen beobachten konnte. Und wie die glitzernden Mondstrahlen durchs Laub fielen, machte sie die Augen zu, als sei sie im Walde vom Schlaf überrascht worden. Es dauerte auch nicht lange, da schwirrte und surrte, summte und sauste es durch die Luft. Lieber Gott, nun steh mir bei, dachte das geängstigte Mädchen. Als ob Regentropfen auf Blätter fielen, rauschte es durch die Bäume, darauf ängstliches Flüstern. Die Elfen hatten Katrin gesehen und dann, husch, 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 wie wenn der Wind dürre Blätter treibt, stoben sie davon. Katrin seufzte. Nun kommen sie am Ende nicht mehr wieder und ich kann von ihnen nichts erfahren. Doch wagte sie noch nicht, sich zu rühren. Und richtig, jetzt hörte sie wieder wispern und flüstern. Ein kühler Hauch strich über ihre Stirn und eine feine Stimme sang, »Das Menschenkind schläft, lasst uns den Reigen beginnen«. Da schlüpfte es aus den Zweigen hervor, streifte mit langen Gewändern über das Moos und huschte an Katrin vorüber wie flatternde Nachtvögel. Nur zwischen den Wimpern wagte das Mädchen zu blinzeln. Da sah es unter den dunklen Bäumen lichtelustige Gestalten, die leise sangen. Dann erhob sich aus dem Chor eine klagende Stimme. Sie sang von dem Königssohn, dem die böse Fee den Mund verschlossen hatte. »Ach, wüssten Sie, wüssten Sie, was ich weiß«, sang die Elfe. »Leicht ist er zu erlösen, wenn seine Lippen mit demselben Schlüssel berührt werden, mit dem sie gebannt worden sind.« Nun klang die Stimme eines zweiten Elfs. »Doch, wer soll wissen, dass ein goldener Vogel über fernen Bergen schwebend in seinem Schnabel den goldenen Schlüssel trägt und dass er nur dem Ruf »Höre immer« folgt?« Bei diesen Worten erfasste Kathrin eine so gewaltige Freude, dass sie Gefahr und Angst vergaß und ganz laut schrie, »Ich kann ihn retten! Ich kann ihn retten!« In diesem Augenblick verwandelten sich die lichten Elfen in gräuliche Gespenste und stießen herzzerbrechende, schauerliche Klagetöne aus. Dann ein gellender Ruf. »Verflucht sei Ihre Schönheit!« Und sie waren verschwunden. Heiß prickelte es dem Mädchen über das Gesicht und es fühlte, wie sich sein Mund verzerrte. Wie abwehrend hielt es beide Hände vor die Augen und warf sich zu Boden. Als es sich erhob, dämmerte schon der Morgen. Die Glieder waren ihm wie erstarrt. Dennoch fasste es wieder Mut. Der Spuk war verschwunden und die Sonne leuchtete hell durch die Bäume. Nirgends fühlte es aber Schmerz. »Gott sei Dank«, dachte Kathrin. »Für das bisschen Angst habe ich doch erfahren, wie Prinz Erich zu erlösen ist.« Und um die Probe zu machen, rief sie, »Rema!« Sogleich schwebte ein goldglänzender Vogel über den Bäumen, warf ihr ein Schlüsselchen in das Moos und verschwand wieder. Wer war glücklicher als das arme Erdbeermädchen? So leicht hatte es sich die Rettung nicht vorgestellt. Wie ein Reh flog es durch den Wald nach des Königs Schloss. Ach, die Freude sollte nicht lange dauern. An der offenen Tür sah es den Prinzen stehen und traurig hinaus ins Weite blicken. Schon winkte es ihm jubelnd von fern mit dem Schlüssel zu und lief und lief, noch ein paar Augenblicke, und er war erlöst. Da geschah etwas Grauenvolles. Über den Wald kam mit Sturmeseile eine schwarze Wolke geflogen. Staub und geknickte Zweige tanzten um sie. Tiefer und immer tiefer senkte sich die düstere Wolke, und zwei riesenhafte Rabensittiche streckten sich daraus hervor. Mit neugierigen Augen hatte Prinz Erich erst zugeschaut. Da merkte er, dass ihm Gefahr drohte und wollte entfliehen. Doch die Fittiche ergriffen ihn, hoben ihn, so sehr er sich auch sträubte auf die Wolke, und sofort sausten sie durch die Lüfte. Einen Augenblick stand Katrin vor Schreck erstarrt. Dann begriff sie, dass sie das Unglück melden musste. Aber weil sie sich nirgends anders hingetraute, lief sie in die Küche. Der Koch richtete gerade die Morgensuppe an. Ach, der König wird deine Suppe nicht essen, rief sie. Die böse Fee hat eben seinen Sohn entführt. Was? rief der Koch. Dir nur gehört, dass der König seine Suppe nicht essen würde. Meine Suppe ist heute ganz besonders gut geraten. Da wiederholte sie noch einmal, was sie eben gesehen hatte. Aber niemand schien ihr zu glauben. Ja, niemand schien sie zu kennen. Mach uns nichts weiß, gastige Hexe, rief der Küchenjunge und schlug sie mit dem Kochlöffel. Der Prinz ist im Garten, ich habe ihn noch eben gesehen, als ich Petersilie schnitt. Gleich treten sich die Küchenmädchen um. Eine ergriff den Feuerhaken, die andere den Besen. Kennt ihr mich denn nicht? Ich bin ja das Erdbeermädchen, rief das arme Kind. Nun geht's aber übers Maß, schallt der Koch und fuhr mit dem Bratspieß auf die Katrin los. Hat ne Haut wie ein braunes Leder und ein schiefes Maul und will das saubere Mädel sein? Mach, dass du hinauskommst, Hexenbrot. Was sollte sie da noch reden? So schnell sie ihre Füße trugen, lief sie fort und lief bis auf den Steg, der über den Bach führte. Dort schaute sie ins Wasser und da sah sie eine abscheuliche Fratze. So hatte sie der Elfenfluch getroffen. Ach Gott, wo soll ich nur hingehen? klagte sie. Im Dorf wird mich auch kein Mensch mehr erkennen. Als sie aber den Schlüssel in ihrer Hand fühlte, vergaß sie des eigenen Leides und dachte an das schreckliche Schicksal des Königssohnes. Sie riss ihr Schürzenband ab, zog es durch den Schlüssel und hing ihn sich um den Hals, doch verbarg sie ihn sorgsam unter dem Halstuch. Wer kann wissen, ob der Liebe Gottes nicht so fügt, dass ich ihm doch noch damit helfen kann, dachte sie. Nun traf sich's gerade, dass ein Goldschmied vorüberkam und als er das Mädchen so betrübt am Bach sitzen sah, tat es ihm leid und als er gehörte, es sei eine Weise und wisse nirgends hin, nahm er es mit in sein Haus. Sieh zu, ob du es nicht als Markt gebrauchen kannst, sagte er zu seiner Frau. Es dauert mich. So durfte Katrin in des Goldschmieds Haus bleiben. Freilich schimpften sie die Kinder, schief Maul und die Lehrbuben wie die Gesellen spotteten über ihre Hässlichkeit. Aber weil sie gar so freundlich und gefällig war, wurde sie doch gern gelitten und die Meisterin meinte, eine so brave Magd habe sie noch nie gehabt. Auf die Katrin könne man sich verlassen. So gingen die Jahre hin. Keines aber brachte Kunde von dem entführten Prinzen. König und Königin hatte der Kram gebeugt und den König quälte dazu die Reue. Was hatte es ihm geholfen, dass er das Böse ausrotten wollte? Wie Unkraut zwischen dem Weizen wuchsen böse Menschen zwischen den Guten auf. An seinem eigenen Hof aber war Neid und Verstellung so recht in die Blüte geschossen. Und sein eigenes Haus war verödet, alle seine Hoffnungen vernichtet. Als zehn Jahre verflossen waren, verlangten seine Räte, dass er einen Erben seines Thrones erwählte. Es war aber eigentlich der Hofmarschall, der die Sache dem König vorstellte, als ob die Räte wie das Volk einen Thronerben verlangten. Denn er wünschte, dass sein eigener Sohn dazu erwählt würde. Dem König war die ganze Angelegenheit entsetzlich. Er wollte gar nichts davon hören. Nicht einmal auf die Bitte seiner Frau achtete er. Die riet, dass er sich doch zuerst mit der Fee Verdasi beraten möchte. So gelang es dem Hofmarschall durch Arges Ränkespiel, List und Bestechung an das Ziel zu gelangen. Und obgleich sein Sohn ein roher Gesell und allgemein unbeliebt war, sollte er nach Ablauf des zehnten Jahres zum Nachfolger des Königs ernannt werden. In dieser Zeit konnte Katrin Tag und Nacht keine Ruhe finden. Der Schlüssel brannte wie glühendes Erz auf ihrem Herzen. Und ihre Gedanken wanderten hin und her. Ach, sie allein konnte helfen. Aber wie, wie konnte sie zu Prinz Erich gelangen? Als sie in einer Nacht wieder so recht voll Angst und Sorge an ihrem Kammerfenster stand, kam ihr ein Gedanke. Vielleicht folgte der Vogel Rema noch einmal ihrem Ruf und konnte dem armen Prinzen eine Botschaft überbringen. Und richtig, nachdem sie ihn gerufen, flog durch die dunkle Gasse leuchtend der goldglänzende Vogel und ließ sich auf ihrem Fenster nieder. Da faßte sie sich ein Herz, streichelte ihn und fragte, »Schöner Vogel, kannst du meinem Prinzen eine Kunde bringen?« Der Vogel nickte mit seinem Köpfchen. »Dann fliege hin zu ihm und sage, er müsse kommen, denn der Sohn des bösen Hofmarschalls soll an seiner Stadt auf den Thron erhoben werden. Ach, lieber Vogel, richte deine Botschaft gut aus und gleite ihn in die Heimat.« Der Vogel nickte und flog davon. Doch Woche auf Woche verging und vergeblich harte sie auf den Königssohn. Indes bekam der Goldschmied vom König einen ehrenvollen Auftrag. Er sollte nach der königlichen Krone und dem Zepter eine ebensolche Krone und ein ebensolches Zepter anfertigen. Denn der nicht ebenbürtige Thronfolger sollte bei der Krönung den echten Königsschmuck nicht tragen. Der Goldschmied freute sich über diesen Auftrag, der ihm auch einen reichen Gewinn versprach. Doch musste er, da die Zeit drängte, oft bis in die Nacht mit seinen Gesellen schaffen. Endlich war die Arbeit vollendet. Und in einer wohlgefügten Truhe lagen gut verwahrt die alte und die neue Krone. Das alte und das neue Zepter. Nun gab der Meister seiner Frau ein gutes Stück Geld und hieß sie ein Fest bereiten. Mache alles nur prächtig und spare nicht Braten, Wein und Leckereien. Ach, aber ist's doch nicht der richtige König, meinte die Meisterin und wischte mit dem Schürzenzipfel die Augen. Ich habe auch meine Gedanken, aber ich schlucke sie hinunter. Wir können's nicht ändern und verderben uns nur das Vergnügen. Da machte es die Meisterin ebenso, schluckte ein paar Mal und fühlte sich getröstet. Jetzt ging's an ein tüchtiges Fegen und Scheuern, denn das ganze Haus sollte so blank aussehen, als ob's der Meister aufgesotten hätte, wie ein altes Silberstück. Als das große Scheuerfest beendet war, rührte die Meisterin den Kuchenteig ein und schickte Katrin in den Wald, um Laub- und Tannenreiser zu holen. Denn auch von außen sollte das Haus prächtig geschmückt werden. Im Wald überkam der Kummer das arme Mädchen. Es setzte sich hin und weinte bitterlich. Ach, warum bin ich nicht lieber in die weite Welt gegangen und habe gefragt und gefragt, bis ich ihn gefunden hätte. Vielleicht ist er jetzt schon gestorben und ich muss das Haus für einen anderen schmücken. Doch blieb ihr zum Klagen und Bereuen keine Zeit und um die Versäumnis einzuholen brach sie eifrig frische Laubzweige. Plötzlich schrak sie zurück. Unter einer Buche lag schlafend ein Wandersmann. Durch das Geräusch erweckt fuhr er aber auf und griff nach seinem Schwert, das neben ihm lag. Die Mädchen wurde auf einmal so hoffnungsvoll und freudig zumute. Willkommen Prinz Erich in der Heimat, rief es ihm zu. Er starrte sie erschreckt an, weil er aber kein Wort äußerte, wurde sie ihrer Sache ganz gewiss. »Ihr Ihr kommt noch zurecht, aber höchste Zeit war es, dass ihr kamt. Doch seine Miene heiterte sich nicht auf und sein Achselzucken schien zu sagen, was soll meinem Volk ein stummer König? Kathrin verstand ihn, nestelte den Schlüssel vom Band und trat lachend nahe zu ihm. »Ich kann mit diesem Schlüsselchen stumme Lippen redend machen?« Und sie berührte seinen Mund. Da schlug es wie Flammen leuchten aus des Mannes Augen. Er ergriff des Mädchens Hände und stammelte unverständliche unzusammenhängende Worte. Ungestüm wie ein lange eingedämmter Strom brachen die Worte hervor. Sein ganzes Wesen war im Aufruhr. »Und dich, die du mich von meiner grenzenlosen Qual erlöst hast, dich will ich zu meiner Königin machen,« sprach er. Kathrin wollte die Worte nicht gehört haben. Sie wusste ja, dass er sie nur zu bald bereuen würde. Eine Königin durfte keine schiefmäulige Hexe sein. Das fuhr ihr nur so durch den Sinn, denn sie hatte anders zu überlegen. Wartet hier noch ein Weilchen. Ich hole aus des Goldschmieds Haus, bei dem ich diene, die echte Krone und das echte Zepte. Die müsst ihr morgen tragen, damit sie gleich merken, dass ihr der richtige König seid. Und ohne die Antwort abzuwarten, lief sie fort, schlüpfte zur Hintertür hinein und nahm, wie ein listiger Dieb, aus der Truhe die echte Krone und das echte Zepte. Erst als Prinz Erich die wertvolle Gabe aus ihren Händen nahm, gewahrte er, wie hässlich das Mädchen war und erschrak. Das merkte Kathrin und nun fand sie auch die rechten Worte. Sorgt euch nicht meinetwegen, eure Königin muss schön aussehen und darf nimmer eine hässliche Dienstmarkt sein. Ein König aber muss auch sein Wort halten, rief er ihr nach, denn sie war schon hinters Gebüsch geschlüpft, hob sich heute wird die Meisterin über die versäumte Zeit zanken, dachte sie, und morgen wird sie mich vielleicht loben. Am anderen Morgen holten königliche Diener die Truhe ab. Doch weil sie niemand öffnen durfte, merkten sie nicht, dass das Beste darin fehlte. Alle im Hause hatten heute Sonntagsstart angelegt, selbst die Magd, die aber daheim bleiben musste, während Meister und Meisterin, Kinder, Lehrjungen und Gesellen sich aufmachten, um den Krönungszug zu schauen. Die Magd tat ihnen wohl leid, weil sie von der Herrlichkeit nichts zu sehen bekam und doch für alle arbeiten musste. Katrin aber lachte und sprach, und in der ganzen Stadt bin ich doch die glücklichste. Sie ist ein braves Mädchen, sagte der Goldschmied, es denkt immer nur an seine Herrschaft. Auf sohn das Feuer und der Braten steckte am Spieß. Da trat ein altes Mütterchen in die Küche. Wartet nur einen Augenblick, so hole ich euch ein Stück Kuchen, rief das Mädchen ihr zu. Ich bitte nicht um Kuchen, sprach die Alte feierlich. Ich bin gekommen, der jungen Königsbraut einen Segenskuss zu geben. Ach geht, ihr bückel dich ein wenig, bat die Alte und küsste das Mädchen, das sich abwenden wollte, auf die Stirn. Dabei murmelte sie, die Schönheit von Elfen gefeit, sei von Stund an befreit. Und darauf humpelte sie zur Tür hinaus. Einen Augenblick stand das Mädchen, als könne es nicht atmen und wunderbare Gedanken wirbelten ihm durch den Sinn. Da, zisch, zisch, lief die Suppe über und es musste an den Herd springen und tüchtig die Hände rühren und hatte nicht einmal Zeit in den Spiegel zu sehen. Aber bei aller Arbeit tönte es ihm wie eine liebliche Melodie in den Ohren. Nun war alles bereit. Der Tisch gedeckt, die Süßigkeiten die Krüge zu füllen. Da hörte es in der Ferne Posaunenschall und Trompetengeschmitte und die Sehnsucht erwachte. Ach, dass ich auch den Prinzen an seinem Ehrentag sehen könnte. Aber die laute Musik verklang nicht in der Ferne. Sie kam näher und näher, sogleich das Trappeln vieler Füße, das Summen vieler Stimmen. Der Zug kam wirklich die enge stille Gasse herunter und Katrin stellte den Weinkrug hin. Er war ihr auf einmal zu schwer geworden. Sie wollte ans Fenster laufen, aber sie stand und stand und die Füße wollten ihr nicht gehorchen. Draußen war aber ein Lärm und ein Rufen und Schreien, es war gerade, als hätte der Zug vor dem Hause angehalten. Und nun kam es auch schon die Treppe herauf. Da sprang die Tür auf und herein in aller Pracht und Herrlichkeit trat der junge König. Als er die zitternde Magd erblickte, hielt er an und gebot, rufe des Goldschmieds Magd herbei. Das Schiefmäulig verschluckte er nur aus Höflichkeit. Das Mädchen schlug die Augen nieder und antwortete leise, Die Magd bin ich, gnädiger Herr. Aber das ist ja ganz unmöglich, rief der junge König verwundert. Doch schien ihm der Tausch nicht unangenehm. Du bist ja das schönste Mädchen, das ich jemals erblickt habe, während des Goldschmieds Magd. Da verschluckte er abermals das Schiefmäulig. Katrin aber konnte sich nicht helfen, sie musste lachen. Ein Elfenfluch hatte mein Gesicht verzerrt. Nun hat, wie es scheint, ein Feenkuss ist wieder gerade gerichtet. Da war mit einmal des jungen Königs Zunge gelöst. Er ergriff des Mädchens Hand und sprach herzlich, Du bist meine Braut, hässlich oder schön, denn ich schütteln. Darauf schloss er sie in seine Arme, wie es einem richtigen Bräutigam geziemt, und wollte sie auch küssen. Doch dazu kam es nicht, denn nun traten der König und die Königin in die Stube, und weil die Goldschmiedsleute ja im eigenen Haus ein Recht dazu hatten, folgten sie dem Königspaar. Kinder und Lehrjungen tränkten nach, wie auch andere, und das ganze Zimmer war mit Neugierigen angefüllt. Die Überraschung war groß, alle hatten von der hässlichen Magd gehört, die Prinz Erich aus Dankbarkeit heiraten wollte, und nun fanden sie ihn glücklich neben einer schönen Braut. Doch ihre Schönheit war ja nur die angenehme Zugabe ihres großen und reinen Herzens. Doch der junge König kam gar nicht zu seinem Recht, weil König und Königin auch die Retterin ihres Sohnes umarmen wollten. Im Triumph wurde sie hinuntergeführt, auf einen weißen Zelter gehoben und ihr alle Ehren erwiesen. Des bösen Hofmarschalls Ränke aber waren offenbar geworden, und er musste mit seinem Sohn über die Grenze spazieren. Noch einmal rieb sich der alte König die Hände und sagte schmunzelnd, Na, ich denke mit der Verbannung des Hofmarschalls seid ihr alle zufrieden. Und das waren sie auch. Sohnes 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 Sohnes